So, heute sind wir in der Nähe von Immenstadt. Geht heute? Ein bisschen frisch. Aber die Sonne kommt raus. Wir haben ja jetzt auch noch nicht so spät. Wir haben ja erst 10 Uhr. Und es wird bestimmt noch ein bisschen wärmer nochmal. Ja, denke ich auch. Der perfekten Herbsttag aus heute. Gleich geht's. Jetzt geht's bergauf. Bis jetzt war alles auf der Straße. Aber jetzt biegen wir hier ab. Jetzt geht's runter oder nicht? Jo. Sind wir ganz hoch jetzt. Auf den ersten Berg. Machen wir eine kleine Pause, ja. Ich spitze komplett. Ich weiß nicht, wie der erste Trail ist. Schauen wir mal, ob gut ist oder nicht. Jetzt geht's bei der Straße. Ich bin so schön. Hä 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 hä. ach scheiße bisschen gesperr hier zum fahren ein bisschen technik ich komme sehr gut in die rechte kurve aber linke kann ich nicht ansetzen vorsicht leute es ist ein bisschen rotig aber es nur hier so dann ist nicht so ja geil Es ist voll dunkel im Wald, ich hoffe, sie mag gut auf der GoPro. Geil! Geil! Woah! Ta ta ta! Woah! Woah! Beine für mich ist kein Problem, aber... Hände! Danke! Danke! Woah! Ich habe ein bisschen gebraucht, dass ich reingekommen bin, aber dann war es doch ganz geil, ne? Ja, am Anfang war es ein bisschen schwer, aber dann... Ja, ich meine, mit der Kurve... Das war ein Ornach-Alpe-Trail, war ganz flowig, am Anfang so mit dieser enge Kurve, aber dann... Ich finde es voll flowig und hat Spaß gemacht. Jetzt sind wir hier, wo wir angefangen haben. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Runde 2. Jetzt wieder hoch. Eine Stunde haben wir schon auf der Uhr, jetzt geht die zweite Runde. Ja, mein Bauch meldet sich auch lange, weil ich habe Hunger. Oje, oje... Schauen wir mal, ob ich den Berg hochkomme. Davor sind wir hier links gefahren, und jetzt gehen wir gerade aus. Weiter hoch. Oh... Voll schiff, die Schaus, Jojo. Krass, aber noch Stehe, eh? Ja, habe ich gerade gesagt. Aber ich habe nicht gefilmt. Voller Style. Der Berg hier. Ganz schön anstrengend. Scheiße Style. Ich kann nicht mehr. Voll Ubel. Schon krass, eh? Schön, aber... Boah... Freilandsack. Anstrengend, eh? Also bis jetzt ist der Mittag-Vlog eher zum Wandern empfehlenswert und nicht so fürs Fahrradfahren. Voll anstrengend. Voll cool, mit den ganzen Bergen, den Alpen. Mehr waschen. Mehr waschen. So, sind wir auf, denke? Ja, am Ende schnell alles gelacht. Ja, ich dachte, ich komme nicht mehr. Aber... Aber haben wir es geschafft, ja. Das letzte Stück auch hier. Geile Scheiße. Jetzt sind wir auf dem Mittag. Auf der Bergstation. Ja, ganz coole Aussicht hier oben. Zwei bisschen riesig. Viele Menschen. Ja. 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 Ich hoffe, da kommen ein Trail. So ist... Underspürz. Danke. Aber du schaust schwer. Karbony schwer. Vielleicht du hast keine Mucki. Achtung. Achtung. Felt mir ein bisschen diese Technik. Wow. 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 Haha. Wow. 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 So viel Schotterwerk. Wow. 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 Arme hier. Erste Ermüdungsanzeichen. Ähm, genau. Und dann hatten wir gehofft, dass da wenigstens ein cooler Trail runter geht. Ja, im Grunde war es aber leider kein Trail, sondern es ging nur Shutterweg runter und war so scheiße, scheiß Shutterweg. Das ist so richtig schön geröll, dass man hin und her rutscht die ganze Zeit und auch nass und war nicht cool. Also haben wir uns anders erhofft und die Auffahrt war, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden sind wir bergauf gefahren und zehn Minuten Abfahrt auf dem Shutterweg. Na, das ist halt ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber ja, immerhin hatten wir geiles Wetter, als wir hergekommen sind, da war es noch ziemlich neblig. Da dachten wir erst schon, ja, schade, hey, weil bei uns daheim kam gerade so die Sonne raus und dann fährst du hierher und dann ist ja geile Runde und dann ist so kark Wetter. Aber ist sehr gut geworden, blauer Himmel, voll schön warm, Temperatur war top, gut angenehm, ich lieb solche Herbsttage, freue mich voll, dass es jetzt die letzten Tage die ganze Zeit so war. Genau, und insgesamt sind wir 20 Kilometer gefahren, viermal Daumen. Genau, und wir düsen jetzt heim und halten auf dem Weg noch irgendwo an und holen den Kürbis und dann gibt es Essen nachher. Jo, spaß, oder? Ja. Ciao.